Einen wunderschönen guten Abend. Ich muss jetzt erstmal hier gucken. So, einen Abend, dumme. Schön, dich im Chat zu lesen, du feige Sau. Kannst auch hier arbeiten. Hier sagst du nichts den ganzen Abend und im Chat schreibst du erstmal den ersten Kommentar rein. Ja, muss doch sein. Ja, guten Abend. Wir versuchen uns mal heute an Umbrella Corp. Ich würde einfach mal sagen, ich starte einfach mal eine Lobby. Dumme, was hältst du davon? Ja, mach. Ich habe keine Ahnung. Oh, startet. Du hast im Gegensatz zu mir in diesem Spiel schon Vorsprung. Abgesehen von Tutorial habe ich noch nichts gemacht. Das spült 5 Minuten. Ja. Und trotzdem. Ja, okay. Du wolltest mich zum Spiel herausfordern, was wir beide nicht kennen. Ja, deswegen habe ich es ja vorher ausprobiert. Gib mir wahrscheinlich 3 Minuten Vorsprung. Okay. Dann hast du das auch schon wieder drin. Hier kannst du die Voreinstellung Waffen auswählen. Okay. Nicht. Collect the enemy forces collars, if you can. Okay. Damit kannst du... Objectives Gefallen. ...Kommandos geben. Aber wir spielen zusammen, ne? Also ist nicht irgendwie... Nee, nee. Wir sind ein Team. Und ich habe nur noch keine Ahnung, was wir hier machen müssen. Ich auch noch nicht. Ich gehe mal rechts lang. Die meisten Halsbänder sammeln. Okay. Also theoretisch könnten wir jetzt teamweise gegeneinander spielen und müssten jetzt hier Dinge einsammeln, so wie ich das sehe. Ich verstehe noch nicht... Okay. Wo sind die Halsbänder? Ich weiß, glaube ich, wo ein Halsband ist. Ich glaube, du hättest ein Halsband. Ich? Ich glaube, in dem Modus müssen wir gegen Zombies und gegen die anderen Spieler kämpfen. Ah, ja, stimmt. Unten steht Alpha und Bravo. Unten links. Hm, deswegen komme ich da drauf. Und ich denke, dass jede Person ein Halsband schmeißt. Ja, schade. Das ist dann doch irgendwie ein Flop in dem Spiel. Weil dann bräuchten wir ja andere Spieler. Quasi. Also müssen wir ihn dann öffnen. Ja, dann. Zurück zur Lobby. Kehren wir mal zur Lobby zurück. Ansonsten müssen wir uns doch an Apex wagen. Können wir machen. Ich bin voll und ganz bei dir. Bei sämtlichen Schandtaten. Ja, nur für Freunde bringt uns dann ja erstmal hier gerade nix. Ne. Wir können ja gegeneinander, aber das macht ja jetzt auch nicht so auf Dauer. Ne. Verlassen wir mal ganz die Lobby. Gucken wir mal, ob das über den Online-Modus, ob es hier noch was zu finden gibt. Wobei, ja, wahrscheinlich findest du ja nur Cracks. Hm. Öffentlich. Multimission oder ein Leben? Multimission. Also geh ich ja auch auf öffentlich oder lädst du mich ein oder kann ich dir hinterher? Ich lade dich gleich ein. Ich hoffe, das geht so einfach. Spiel beitreten? Soll ich mal machen? Ja, erstmal muss ich ja irgendwo hier in die Lobbys rein. Aber wenn ich Spiel beitreten mache, bleib ich dann nicht immer bei dir? Kann sein. Versuch dein Glück. Okay. Okay. Kannst du denn beitreten? Ich bin gerade dabei. Irgendwie. Sag ich mir da in der ganzen Spiele an? Wobei ich jetzt gerade hier nicht so die Funktion durch dich einladen kann. Deswegen bin ich irritiert. So geht nicht. Ich geh auch mal auf öffentlich. Ja, aber es scheint in diesem Spiel keine Lobbys mehr zu geben. Ja, schade. Dann war das ein Flop mit Umbrella Corps. Ja, irgendwie Gruppe einladen. Geht nicht. Weiß ich nicht. Also ich kann nicht im Vorfeld in eine Gruppe einladen. Das habe ich jetzt mal getan. Ja, Moment. Verbinde. Ja, jetzt bist du auch drin. Und versuchen wir nochmal Multimission. Ich mach mal gar nichts. Jetzt steht bei mir, es wird nach einer Lobby gesucht. Zeig dir mir auch an. Jetzt wechselt er irgendwo hin. Irgendwo hin. Ja, aber auch hier. Bei weitere Spieler vorne. Eine Map aussuchen. Okay. Er sagt mir aber, dass wir weitere Spieler erforderlich sind. Sind die beiden die einzigen, die das noch spielen? Von meiner Friendlist aktuell ja. Ich meine allgemein. Ja, ich kann es dir gerade nicht sagen. Wir sind in ein öffentliches Spiel rein. Ich habe die Hoffnung, dass der hier irgendwas startet. Aber bislang tut er halt nichts. Von daher kann ich es dir, wie gesagt, nicht sagen. Ja, ich denke, wenn die Lobby voll wäre, wird er jetzt starten mit sechs Leuten. Aber nicht mit uns beiden. Ja, und sonst? Ja, läuft. Ich habe jetzt nochmal die Lobby verlassen. Gucken, ob in der Rangliste was läuft. Ich könnte mir ja vorstellen, dass vielleicht in einem Leben das scheint ein 3 gegen 3 normales Sudden Death zu sein. Ja, aber so gar nichts. Das Spiel ist schon echt alt und war auch eher so ein Zeitding. Aber ich finde es trotzdem erschreckend, dass man... Ah, guck mal. Einer ist da. Ja, Level 145. Und wir kommen hier mit Level 1 um die Ecke, weißt du? Ja. Irgendwie tut sich da nichts. Nee, an der Stelle möchte ich mich auch dann kurz für den Stream entschuldigen. Ich denke, ich werde gleich mit einem anderen Spiel online kommen. Aber ich beende jetzt schon mal eben diesen Stream. Und wir kommen hier mit einem anderen Spiel.